Über Jahrzehnte hat sich Österreich gerühmt, das beste Gesundheitssystem der Welt zu haben. Doch das war einmal. Seit Jahren steigt die Unzufriedenheit. Die Wartezeiten auf Arzttermine oder auf Operationen sind unangenehm lang. Und das, obwohl immer mehr Geld für den Gesundheitssektor ausgegeben wird. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Pressestunde. Was läuft da falsch im Gesundheitssystem? Warum schafft keine der vielen Reformen der letzten Jahre eine Trendwende oder haben sie die Probleme sogar noch verschärft? Antworten auf all das erhoffen wir uns von unserem heutigen Gast. Andreas Huss ist seit vier Jahren Obmann der größten österreichischen Sozialversicherung, der ÖGK, also der Kasse aller Arbeiter und Angestellten in Österreich. Herr Huss, einen schönen Sonntag und vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Tag. Mir zur Seite Petra Stolber, sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Der Standard. Wir beide werden in den nächsten Stunden die Fragen stellen. Schönen Sonntag. Herr Huss, gehen wir das Ganze mit einer kleinen Problemanalyse an. Seit Jahren, ich habe schon erwähnt, seit Jahrzehnten gibt es unzählige Reformen im Gesundheitswesen. Aber man hat den Eindruck, dass das Ganze nicht besser geworden ist, sondern immer schlechter wird. Woran liegt das? Also wir haben in Österreich nach wie vor ein sehr gutes Gesundheitssystem. Das möchte ich schon einmal sagen. Ich kenne wenig Menschen, die gern zu Behandlungen in andere Länder fahren würden. Also man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, aber wir haben große Herausforderungen. Das ist bekannt und das wird uns auch international so auch widergespiegelt. Wir sind ein Land mit einer sehr, sehr hohen Spitalslastigkeit. Also das heißt, die Menschen sind sehr, sehr lange im Spital. Sie sind oft im Spital. Sie suchen auch sehr, sehr oft Spitalsambulanzen auf. Wir haben aber auch ein sehr ärztelastiges Gesundheitssystem. Also das heißt, die anderen Gesundheitsberufe, die auch in der Gesundheitsversorgung mitarbeiten können, in anderen Ländern arbeiten bei uns zu wenig in der Gesundheitsversorgung. Aber da fühlt man sich ein bisschen in einer Zeitschleife. All das, was Sie jetzt sagen, das wissen wir auch seit Jahren. Ja, das müssen wir ändern. Das möchte ich dann auch anführen. Wir haben aber auch eine Patientenbegleitung durch das Gesundheitssystem, die fehlt. Es können Patienten mit den berühmten eingewachsenen Zehennagel jederzeit in eine Spitalsambulanz gehen, in eine Notfallambulanz, die eigentlich wirklich für schwere Notfälle da ist. Und wir tun viel zu wenig in Österreich für die Gesundheitsförderung, für die Prävention und auch für die Gesundheitskompetenz. Auch da haben wir international gesehen sehr, sehr schlechte Werte. Das sind die Punkte, die wir angehen müssen. Und das haben wir auch vor. Da haben wir im Finanzausgleich im vergangenen Jahr einige durchaus große Schritte gemacht. Aber insgesamt braucht das natürlich auch entsprechende finanzielle Bedeckung. Und Sie haben angeschnitten, wir geben in Österreich sehr, sehr viel Geld fürs Gesundheitssystem aus. Das ist insgesamt richtig. Wenn man sich aber anschaut, wie viel Geld wir aus öffentlichen Mitteln ausgeben, nämlich an Beiträgen, an Steuern und wie viel Geld sich die Menschen privat zu ihrer Gesundheitsversorgung dazuzahlen müssen, dann liegen wir auch da im internationalen Spitzenwert. 25 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben von 52 Milliarden Euro zahlen sich den Menschen privat aus zusätzlich zu Steuern und Beiträgen dazu. Zudem kommen wir ja noch. Und das müssen wir ändern. Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Vergangenheitsbewältigung bleiben. Eine der größten Reformen der vergangenen Jahre war ja die Zusammenlegung der Krankenkassen unter türkisblau. Das sollte alles einfacher werden und es sollte sogar noch Geld überbleiben für die sogenannte Patientenmilliarde, was die zuständige FPÖ-Ministerin im Nachhinein als Marketing-Gag bezeichnet hat. Hat diese Zusammenlegung der Kassen ein an sich gutes System zerstört oder vielleicht dann doch insgesamt verbessert? Die Zusammenlegung der Kassen haben wir immer kritisiert als Sozialversicherung, weil es in Wirklichkeit nichts verbessert. Es hat in Wirklichkeit dazu geführt, dass Mehrheitsverhältnisse von den Eigentümern der Sozialversicherung, nämlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu den Dienstgebern verlagert wurden. Also das heißt, jetzt schaffen in der Arbeitnehmerversicherung nicht mehr die Arbeitnehmer selber an, die 7,5 Millionen Arbeitnehmer, sondern es schaffen die Dienstgeber an. Das war der wirkliche Hintergrund bei dieser Kassenzusammenlegung. Es wurde aber auch Geld entzogen dem System. Diese Kassenfusion hat keine Milliarde gebracht. Es ist ausreißend diskutiert, dass die nicht gekommen ist, sondern sie wird uns bis 2028 1,21 Milliarden Euro kosten im System. Durch Lohnnebenskostensenkungen, die über die AOVA dann wieder in die Gesundheitskasse gespielt werden. Durch höhere Zahlungen an die Privatspitäler, durch weniger Steuereinnahmen für Medikamentenrückerstattungen, durch Beraterkosten, die alle im Staatsarchiv irgendwie verschwunden sind und so weiter. Also das heißt, diese Kassenfusion war ein finanzielles Desaster. Man muss jetzt das Beste draus machen, die kann man nicht mehr rückgängig machen, das wäre auch nicht sinnvoll. Jetzt geht es darum, die Punkte in den Vordergrund zu stellen, die durch diese Kassenfusion möglich sind, dass wir österreichweit einheitliche Leistungen schaffen, dass wirklich vom Bodensee bis zum Neuseeler See alle Menschen die gleichen Leistungen haben, dass wir hier ein einheitliches System haben und idealerweise nicht nur in der ÖGK, sondern auch mit den Beamten, mit den Eisenbahnern, mit den Selbstständigen und mit den Bauern. Das wäre sinnvoll und an dem müssen wir arbeiten, da haben wir noch ein dickes Brett zu Boden. Aber Sie können es ja jetzt nicht so quasi als gegeben hinnehmen, dass man sagt, es kostet uns jetzt, statt dass es uns eine Milliarde bringt, kostet uns eine Milliarde. Was hat man dann für Lösungen, dass es doch vielleicht besser wird unter den gegebenen Umständen? Wie ich habe gesagt, wir haben ein sehr spitalslastiges System. Wir müssen wirklich jetzt an Hochdruck daran arbeiten und das war auch Sinn im Finanzausgleich, dass wir die niedergelassene Versorgung stärken. Wir müssen in der Primärversorgung das heißt in der Versorgung der Menschen draußen in der niedergelassenen Praxis wesentlich mehr tun. Da haben wir zu lange Wartezeiten, da haben wir auch eine zu schlecht ausgebaute Primärversorgung. Wir müssen auch in die Digitalisierung mehr investieren. Also das heißt, wir müssen schauen, dass Menschen eben nicht mehr in die Spitalsambulanzen gehen müssen, sondern dass sie draußen eine gute Primärversorgung haben, eine ausreichende allgemeinmedizinische Versorgung haben, eine ausreichende Facharztversorgung haben mit akzeptablen Wartezeiten. Und das müssen wir jetzt ausbauen. Das sind so quasi konkrete Punkte, die man ja dann in der Sache machen kann. Aber wenn man jetzt die Strukturen einmal hernimmt, das ist ja immer das Ziel der Reformen. Was kann man dann an den Strukturen wieder ändern? Also zum Beispiel ganz konkrete Frage, es wird jetzt in der ÖGK halbjährlich der Vorsitz gewechselt. Ist es auch für die Dynamik in so einer riesigen Kassa, wenn der Chef praktisch alle halbe Jahr zum Stellvertreter wird, was Ihnen und Ihrem Kollegen Krenn ja passiert, ist das sinnvoll? Sollen wir sowas vielleicht zum Beispiel ändern? Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Also diese gesamte Verschiebung der Mehrheiten war natürlich nicht sinnvoll. Die Sozialversicherung in Österreich ist als Selbsthilfegruppe der Arbeitnehmer entstanden in den 1850er Jahren. Da haben sich Arbeitnehmer eben freiwillig zusammengeschlossen und haben solidarisch in eine Kasse einbezahlt. Und wenn einer krank geworden ist, hat man die Kasse aufgemacht und hat ihm geholfen. Diese Sozialversicherungsidee, die ist aus der Arbeitthemaschaft entstanden, dass in der Sozialversicherung der Arbeitnehmer der ÖGK, aber auch in der Pensionsversicherung jetzt die Dienstgeber die Mehrheit haben. Und dass es hier einen rotierenden Wechsel gibt, ist vollkommen ein Humbug. Kein Unternehmen wechselt im Haltjahrestag den Vorstandsvorsitzenden. Also das gibt es in keinem privaten Unternehmen logischerweise. Also die Dinge müssen rückgängig gemacht werden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir als Gewerkschaftsbewegung, als Arbeitnehmerinteressenvertretung in den letzten fünf Jahren gefordert haben. Also das sind Dinge, die gehen gar nicht. Die Arbeitnehmerversicherungen, ÖGK und PVA müssen wieder zurück in die Hände der Arbeitnehmer. Es gibt ja noch ein grundsätzliches Problem, über das ich auch schon seit Jahrzehnten eigentlich höre. Es gab immer dieses Ziel, das hört man auch in allen Sonntagsreden, diese Doppelgleisigkeiten im System zu eliminieren. Also sprich, es gibt in Wahrheit im Gesundheitsbereich zwei große Player. Es gibt einerseits die Länder und andererseits die Sozialversicherungen. Und die haben oft ganz unterschiedliche Interessen. Offenbar nicht ideal, wissen wir, seit Jahrzehnten merken wir. Wäre es nicht gescheiter, es würde einer ganz die Macht an die andere Seite abgeben? Also ich weiß schon, da werden jetzt alle, die jetzt für den Föderalismus sind, wieder aufschreien. Oder auch sozusagen, man sagt, okay, man gibt es halt den Ländern und man zieht sich sozusagen als Sozialversicherung zurück. Was wahrscheinlich auch keine gute Idee ist, aber wie löst man das auf? Also in Deutschland haben wir ein System, in dem die Krankenversicherung für die gesamte Gesundheitsversorgung zuständig ist. Hier werden mittlerweile 14,6 Prozent des Einkommens als Krankenversicherungsbeitrag bezahlt. Zusätzlich gibt es einen Zusatzbeitrag. Also da liegt man momentan bei rund 16 Prozent Krankenversicherungsbeitrag. In Österreich haben wir 7,65 Prozent. Hat auch damit zu tun, dass die Hälfte der Spitalskosten ungefähr aus dem Steuertopf finanziert werden. Und aus dem Grund haben wir eben diese Mischfinanzierung. Ja, ich könnte damit leben, dass die Sozialversicherung sozusagen die gesamte Gesundheitsversorgung übernimmt. Dazu braucht es aber eine Verfassungsänderung. Da braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Da braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat. Wenn es eine Gesamtänderung ist, braucht man vielleicht sogar eine Volksabstimmung dafür. Also ich glaube nicht, dass die Länder im Bundesrat hier dafür wären, dass sie ihre Kompetenzen in der Gesundheitsversorgung in den Bundesländern an die Sozialversicherung abgeben. Das wird es realpolitisch nicht geben. Das probiert aber auch niemand. Also es versucht ja nicht einmal irgendjemand politisch. Wir sind jetzt in Koalitionsverhandlungen. Es ist möglich, dass man sich auf sowas einigt. Das weiß ich nicht. Ich bin weder in einer Regierung noch im Parlament. Das ist im Parlament zu klären. Aber ich muss mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die da sind. Und wir haben 2013 in Österreich, das hat Albert Stöger gemacht, die Zielsteuerung geschaffen. Eben um diese Themen auch anzugehen. Und das hat ein bisschen gedauert. Da haben wir uns als Sozialversicherung immer bei Krankenhausthemen zurückgehalten. Die Länder haben sich zurückgehalten bei den niedergelassenen Themen. Ich habe das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren massiv geändert. Wir sind in der Zielsteuerung und das hat auch der Finanzausgleich jetzt gezeigt. Relativ gut zusammengerückt. Weil wir in der Problemanalyse gemeinsam mit dem Bund und mit den Ländern sehr einig sind. Die Spitäler müssen entlastet werden. Wir brauchen einen Ausbau der niedergelassenen Versorgung. Wir brauchen mehr Geld in der niedergelassenen Versorgung. Wir müssen mehr Primärversorgungszentren schaffen und so weiter. Wir müssen in der Prävention mehr tun. Also da sind wir eigentlich alle drei Systempartner sehr einig. Und die Beschlüsse zum Finanzausgleich sind in einem Umfang gefahren, die wir in den letzten 20 Jahren nicht zusammengebracht haben. Das muss man schon sagen. Da ist wirklich sehr viel passiert. Da ist an den Strukturen und an den Rahmenbedingungen sehr viel geschraubt worden. Wir können jetzt gemeinsam mit den Ländern die niedergelassene Versorgung durch die regionalen Strukturpläne in jedem Bundesland planen. Wir müssen da auf niemanden mehr Rücksicht nehmen, auch auf die Ärztekammer nicht mehr. Wir können jetzt selber gemeinsam mit den Ländern sagen, wie wir glauben, dass eine niedergelassene Versorgung im jeweiligen Bundesland gut ausschaut. Und das machen wir zurzeit. Jetzt im Herbst gibt es diese RSG-Verhandlungen und wir setzen jetzt die Dinge um, die wir in Zukunft für die niedergelassene Versorgung brauchen. Das heißt, um es ein bisschen zusammenzufassen, die letzte Reform haben Sie gar nicht so schlecht gefunden. Und die Länder und die Sozialversicherungen arbeiten jetzt besser zusammen als früher. Was mich zu der konkreten Frage oder zu unseren konkreten Punkten bringt, wie löst man denn die Probleme? Was gibt es denn da für Ansätze? Und da ist doch, glaube ich, für die meisten Menschen in Österreich eines der dringendsten Probleme. Sie warten Wochen und Monate auf Arzttermine. Sie warten Wochen und Monate auf Operationen, auch auf wichtige Operationen. Da fühlt man sich teilweise schon wie in einem früheren Ostblockland. So etwas hätte man in Österreich ja eigentlich nicht erwartet. Also ich lade Sie ein, in Ostblockländer zu fahren. Da schaut die Gesundheitsversorgung nach wie vor noch ganz anders aus. Also ja, es gibt diese Wartezeiten. Diese Wartezeiten sind nicht zu akzeptieren. Da muss man was tun. Das ist keine Frage. Für den niedergelassenen Sektor, für den ich mitverantwortlich bin, haben wir dazu einen klaren Plan. Wir möchten, und das machen wir jetzt gemeinsam mit den Ländern bis zum Jahr 2030, das ist die Zielsteuerungsplanung jetzt für die nächsten Jahre in Österreich von bis zum Jahresende 75 Primärversorgungszentren, die wir bis zum Jahresende umgesetzt haben, 300 Primärversorgungszentren haben. Das heißt, wir möchten in 300 Primärversorgungszentren 2,5 bis 3 Millionen Menschen über diese Primärversorgungszentren behandeln bzw. versorgen. noch einmal zur Idee der Primärversorgungszentren. Da arbeiten Ärzte mit Pflegekräften, mit Therapeutinnen, mit Physiotherapeuten, mit Psychotherapeuten, mit Sozialarbeitern sehr, sehr eng zusammen. Und ich war jetzt im Sommer in zwölf neuen Primärversorgungszentren. Und alle, die dort arbeiten, aber die auch dort als Patientinnen hinkommen, sagen, das ist die Versorgung der Zukunft. So soll in Zukunft Versorgung stattfinden, weil die Ärzte sich wirklich auf die medizinische Tätigkeit konzentrieren können, die sagen, die größte Unterstützung ist der Sozialarbeiter. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, was der Patient nach dem Krankenhausaufenthalt machen muss, was der Patient sozusagen jetzt zu Hause für Versorgung hat, das macht alles der Sozialarbeiter. Ich brauche mich auch um die psychischen Dinge nicht mehr kümmern, das macht der Psychotherapeut. Ich brauche keinen Verband mehr wechseln, das macht der Wundmanager. Ich brauche nicht mehr auf Visite fahren, denn das macht die Krankenschwester. Das heißt, diese Ergänzung der ärztlichen Tätigkeit mit den anderen Gesundheitsberufen, das ist wirklich die Versorgung der Zukunft und wir sehen auch in unseren Zahlen, dass ein Primärversorgungszentrum mit drei Ärzten und den anderen Gesundheitsberufen eigentlich fünf niedergelassene Einzelordinationen ersetzen kann. Also wir haben dort auch längere Öffnungszeiten von 7 Uhr in der Früh bis am Abend. Also das heißt, man kann dort auch länger die Versorgung in Anspruch nehmen. Zum Teil haben diese Primärversorgungszentren am Samstagvormittag offen, haben am Sonntag einen Notdienst. Also das heißt, die Versorgung wird dadurch um vieles besser. Es wird nach wie vor noch Einzelordinationen geben, aber der Umbau in Richtung größere Einheiten wird jetzt relativ schnell gehen. Wir gehen es als ÖGK selber auch an. Wir möchten auch unsere eigenen Einrichtungen, unsere Gesundheitszentren erweitern. Wir haben zurzeit in Wien fünf Gesundheitszentren. Das kann man immer höchst umstritten. Es kommt ja, aber das ist jetzt möglich. Nachdem wir im Finanzausgleich gesagt haben, wir können jetzt mit den Ländern die Versorgung im Land gemeinsam planen und brauchen die Interessensvertretung der Ärzte nicht mehr, weil die logischerweise sehr oft andere Interessen haben. Wie viel gibt es da? Es gibt in Wien fünf. Wir haben jetzt ein sechstes Beschloss in der Seestadt. Das wird dazu gekommen. Wir haben ein siebtes Beschloss in der Stadt Salzburg. Und wir möchten in allen Landeshauptstädten zumindest ein eigenes Gesundheitszentrum der ÖGK errichten mit einer fachärztlichen Versorgung, in dem im Idealfall alle Fächer vertreten sind, in der es auch eine Radiologie gibt, um auch diese Facharztwartezeiten entsprechend zu verkürzen. Also das heißt, wir investieren sehr, sehr viel Geld jetzt in Zukunft oder müssen viel Geld investieren in den Ausbau, die niedergelassenen Versorgung. Aber bitte nicht nur für Ärzte, sondern vor allen Dingen auch für andere Gesundheitsberufe. Wir müssen die anderen Gesundheitsberufe mit in die Versorgung aufnehmen. Die können sehr, sehr viel, was bisher den Ärzten vorbehalten ist. Das können wir auch der Pflege überantworten und den Therapie berufen. Das Problem ist halt, sie werden auf die Art und Weise natürlich die Hausarztpraxen, die es ja nach wie vor auch am Land gibt, immer mehr verkraulen. Da wird sich halt dann niemand mehr finden, der so etwas macht. Ich habe mit ein paar niedergelassenen Ärzten im Vorfeld gesprochen. Die fühlen sich extrem schlecht behandelt und weil sie diese Primärversorgungszentren sehr bevorzugt sehen. Sie sagen, wir sind diejenigen, die vor allem auch für die älteren Patientinnen und Patienten Vertrauenspersonen sind. Die kommen ja eh, gibt es lange Wartezeiten, aber sie kommen trotzdem, sie kommen lieber zu uns, weil sie diesen Arzt, die Ärztin haben, die sie schon lange kennen. Das gibt es so in der Form, in diesen größeren Einheiten nicht. Da geht es zwar schneller, aber da habe ich vielleicht wechselnde Ärzte. Also da gibt es auch noch von Seiten der Patientinnen und Patienten höre ich durchaus Vorbehalte. Also es wird nicht von allen Bevölkerungsgruppen so gut angenommen. Und gleichzeitig sagen die Hausärzte, wir kriegen für den Erstbesuch auf Krankenschein 17,60 Euro, für den zweiten Besuch gar nichts. Dann kriegen wir 8,30 Euro oder weiß ich jetzt nicht. Und ab dem zehnten Besuch, wenn ich zum Beispiel einen Krebspatienten habe, der viel Betreuung braucht innerhalb eines Quartals, kriege ich gar nichts mehr. Schütten Sie nicht ein bisschen mit diesen Primärversorgungszentren auch das Kind mit dem Bade aus? Weil es wird ja Hausärzte auch brauchen in Zukunft. Also ich möchte einmal aufhören damit und das macht die Ärztekammer ganz bewusst, Primärversorgungszentren gegen Hausarztpraxen, gegen Einzelordinationen auszuspielen. Es braucht das eine und es braucht das andere. In Mühlbach am Hochgründig mit 1.500 Einwohnern werde ich kein Primärversorgungszentrum hinbringen. Da bin ich froh, wenn es dort einen Einzelarzt gibt, der die Menschen dort versorgt. In den Landregionen, in den Seitentälern wird es nach wie vor den Einzelarzt geben. In größeren Ballungsräumen wird es aber in Zukunft wesentlich mehr dieser Primärversorgungszentren geben. Und wenn ich gesagt habe, wir wollen bis 2030 300 Primärversorgungszentren haben, dann werden wir, je nachdem wie viele Ärzte dort arbeiten, maximal drei Millionen Menschen über diese Primärversorgungszentren betreuen können. Also haben wir immer noch sechs Millionen Menschen, die in die Einzelordination gehen müssen. Also das gegenseitig ausspielen, das geht für mich gar nicht. Und kriegt er dann auch, wenn er die Praxis übernimmt, weil die müssen ja oft hohe Ablösen zahlen, kriegt er dann dieselbe Förderung wie zum Beispiel ein Primärversorgungszentrum? Das kriegt er nämlich derzeit nicht. Ist das sein Ziel? Diese Ablösen, die sind sowieso ein ganz, ganz schwieriges Thema, denn die dürfte es eigentlich gar nicht geben. Das ist unter der Hand immer noch gibt, das wissen wir, aber das ist nicht das Thema. Und Sie haben es angesprochen, hier wird Konkurrenz befürchtet. Aus dem Grund ist es ja auch sinnvoll, sich in den Bundesländern hinzusetzen und gemeinsam zu planen, wo braucht es ein Primärversorgungszentren, das werden hauptsächlich die Bezirkshauptstädte sein, und wo werden wir weiterhin mit Einzelordinationen arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was die Bezahlung betrifft. Wir sind jetzt dabei, mit der Ärztekammer den österreichweit einheitlichen Leistungskatalog und den Gesamtvertrag zu vereinbaren. Wir haben jetzt immer noch neun unterschiedliche... Wie weit sind Sie da? Da sind wir schon relativ weit. Wir haben jetzt immer noch neun unterschiedliche Einzelverträge oder Gesamtverträge mit neun unterschiedlichen Ärztekammern. Das geht so nicht mehr. Das heißt, wir brauchen da dringend und da gibt es auch einen gesetzlichen Auftrag dafür, einen österreichweiten Gesamtvertrag. Der Gesamtvertrag besteht aus drei großen Teilen. Das sind die Zusammenarbeitsformen. Das heißt, welche Formen der Versorgung gibt es denn? Das kann das Primärversorgungszentrum sein, das kann die Jobsharingpraxis sein, die Gruppenpraxis, die Teilgruppenpraxis, die Einzelordination, die Anstellung von Ärzten bei Ärzten. Das ist der eine Punkt, den wir vereinbaren werden. Der zweite Punkt ist der Leistungskatalog. Wir haben kommend aus neun unterschiedlichen Verträgen immer noch nicht alle ärztlichen Leistungen, die es in einem Bundesland gibt, in ganz Österreich. Das wird der Punkt sein, wo wir mal sagen müssen, alles was es in einem Bundesland gibt, muss es in Zukunft in ganz Österreich geben. Und zusätzlich wollen wir auch Spitalsambulante Leistungen, Stichwort Spitalsentlastung, aus den Spitälern rausziehen und die auch zusätzlich in den Arztpraxen anbieten, um die Arztpraxen noch attraktiver zu machen und um den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie sich in der Arztpraxis noch mehr behandeln lassen können. Und der dritte große Punkt ist eine neue Honorarvereinbarung. Also wir wollen weg von diesem Einzelleistungssystem, wo man sagt, also für die Leistung kriegen wir 2,30 Euro und für die Leistung kriegen wir 8,70 Euro und so weiter. Das wollen wir abschaffen. Wir haben in der Primärversorgung jetzt schon, und das haben wir schon angeschmogen, eine weitestgehende Pauschalierung. Also das heißt, hier gibt es Pauschalen, wo die Ärzte nicht mehr angewiesen sind, dass sie beim Patienten möglichst viel machen, um dann auf ihr Einkommen zu kommen, sondern dass sie ein ordentliches Einkommen bekommen. Und Ärzte verdienen sehr gut in Österreich, besonders Kassenärzte verdienen sehr gut in Österreich. Aber wir uns verabschieden von diesen Einzelleistungspositionen. Also das heißt, das haben wir jetzt im Fokus. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr mit diesem Gesamtvertrag fertig werden. Es gibt einen gesetzlichen Auftrag dafür. Aber da muss auch klar sein, den gibt es nicht zum Nulltarif. Das wollte ich Sie fragen auch. Der wird was kosten, logischerweise. Das wollte ich Sie fragen, weil das ist ja immer, also es wird ja auch schon sehr viele Jahre probiert, so einen Gesamtvertrag zu machen. Und die Forderungen, die gerade von der Ärztekammer da erhoben, die sind schon sehr hoch. Das heißt, wie viel wird das die ÖGK kosten? Naja, wir wissen natürlich erst noch nicht, wie sich das neue Honorarsystem auswirken wird. Aber dass das ein dreistelliger Millionenbetrag sein wird, das ist vollkommen klar. Und da sagen wir dem Gesetzgeber auch, du hast uns beauftragt, das zu machen. Wir setzen das jetzt auch gemeinsam um. Aber wenn das dann sozusagen eine bestimmte Summe an Geldes pro Jahr mehr kostet, dann ist das auch sozusagen aus dem Steuertopf zu bezahlen. Ich meine, das kann die Sozialversicherung aus den eigenen Einnahmen ja nicht. Nein, die ÖGK mit 7,65 Prozent Beitrag, ich habe gesagt im Vergleich zu Deutschland 14,6 Prozent, kann sich das nicht leisten. Wir haben in den letzten fünf Jahren als ÖGK jedes Jahr einen Abgang gehabt. Die neuen Gebietskartenkassen haben 1,4 Milliarden Euro an Rücklagen in die ÖGK eingebracht. Diese 1,4 Milliarden Euro sind mittlerweile auf 600 Millionen Euro geschmolzen, weil wir jedes Jahr Abgänge hatten. Also das heißt, auch mit dem laufenden Geschäft brauchen wir in Wirklichkeit jetzt schon mehr Geld. Das haben wir über den Finanzausgleich auch bekommen. Aber für zusätzliche Aufgaben, für neue Aufgaben wie den Leistungskatalog, für 300 Primärversorgungszentren, für den Ausbau von psychosozialen Versorgungszentren, auch das haben wir vor, braucht zusätzliches Geld aus dem Steuertopf. Aber wissen Sie, was ich mit dabei frage, ist, wenn man jetzt so einen Gesamtvertrag macht, das ist sicher wichtig und richtig, das will man ja seit Jahren, aber was bringt das den Patienten? Wir geben jetzt schon über 50 Milliarden für das österreichische Gesundheitssystem aus. Sie haben es selber vorher erwähnt, der Anteil, der Privatanteil steigt, hat mehr zugenommen, als was öffentliche Ausgaben sind. Was hat jetzt der Patient davon, wenn die Ärzte mehr Honorare geben? Die Leistungen werden deswegen nicht mehr werden. Der Patient hat nichts davon, wenn die Ärzte mehr Honorare bekommen. Und sie bekommen im Schnitt ja auch nicht wesentlich mehr Honorar, sondern wir gleichen neun unterschiedliche Honorarsysteme aneinander an. Natürlich darf es keine Verlierer geben, natürlich wird es teurer grundsätzlich, das ist gar keine Frage. Aber die Menschen haben dann was davon, wenn wir ein attraktives Honorarsystem haben, wenn wir ein attraktives Leistungssystem haben, dass wir mehr Ärzte bekommen, die in Primärversorgungszentren gehen, die auch Kassenarztstellen annehmen. Weil dann haben wir mehr Ärzte, die für die Patienten zur Verfügung stehen, verkürzen damit die Wartezeiten. Denn nur mehr Geld verkürzt keine Wartezeiten. Wir brauchen mehr Ärzte, um die Wartezeiten zu verkürzen. Ich glaube, das ist ein bisschen technisch, dass die Leute verstehen. Was kann man sich dann vorstellen? Also wie würde man, welche Leistung würde man ändern? Was haben die Leute dann davon? Da müssen wir das ein bisschen plastischer machen. Sie haben zuerst richtigerweise gesagt, das Wartezeitenthema in der niedergelassenen Versorgung ist ein Thema. Wir haben sowohl in der Allgemeinmedizin als auch in der Facharztversorgung zu lange Wartezeiten. Ist richtig. Zu lange Wartezeiten bringe ich aber nicht weg damit, dass ich dem einzelnen Arzt, der jetzt schon arbeitet, mehr Geld gebe. Sondern ich muss schauen, dass wir mehr Ärzte ins System bekommen. Wir haben zurzeit von den Köpfen her gezählt 12.000 Wahlärzte in Österreich, von denen rund 3.000 wirklich versorgungswirksam sind. Und die 3.000 möchten wir ansprechen, wie die sich vorstellen können, im Kassensystem tatsächlich mitzuarbeiten. Da gibt es vor allen Dingen Frauenärztinnen und Frauenärzte, die in dem Wahlarztsystem tätig sind. Hier gibt es die Idee der Frauenmedizinischen Zentren, die wir umsetzen möchten, auch mit Frauenärztinnen, aber auch mit den anderen Gesundheitsberufen. Ähnlich der BVED, dass wir in der Gynäkologie zum Beispiel eben diese Wartezeiten verkürzen, dass Frauen wesentlich weniger in Zukunft auf Wahlärztinnen angewiesen sind, als das jetzt der Fall ist. Denn im Wahlarztsystem sehen wir gerade die Frauenmedizin als ganz großes Thema. Hier haben wir den hohen Wahlarztanteil und hier gehen sehr, sehr viele Frauen tatsächlich zur Wahlärztin und das müssen wir ändern. Wollen Sie denn nur mit Anreizen arbeiten? Oder es gibt ja auch zum Beispiel den Vorschlag des Wiener Gesundheitsstaatrats Hacker, der gesagt hat, also Spitalsärzte, die Teilzeit im Spital arbeiten, sollen einfach keine Wahlarztpraxen mehr eröffnen dürfen. Soll man auch eine Art Verpflichtung herleiten? Man kann ja auch sagen, Medizinstudium kostet die Allgemeinheit sehr viel Geld. Da muss sich jemand verpflichten, eine Zeit lang für das öffentliche System zu arbeiten. Also wollen Sie auch mit Verpflichtungen arbeiten oder nur mit Anreizen? Wir möchten auch mit Verpflichtungen arbeiten. Man muss hier nur vorsichtig sein. Der Peter Hacker hat vollkommen recht. Wir haben in Wien und das Problem gibt es hauptsächlich in Wien, muss man sagen. Ich habe mir das in den anderen Bundesländern auch angesehen. In Salzburg gibt es eine klare Vereinbarung oder eine Verpflichtung. Spitalsärzte dürfen maximal außerhalb des Spitals noch fünf Stunden arbeiten und sie dürfen außerhalb des Spitals gar nicht operieren. Also das heißt, sie dürfen in einem Privatspital nicht operieren zum Beispiel. Da gibt es klare Einschränkungen. Das ist unterschiedlich in den neuen Bundesländern geregelt. In Wien ist das noch relativ großzügig für die Ärzte geregelt. Und da verstehe ich den Peter Hacker, wenn er sagt, das müssen wir in Zukunft ändern. Er hat das auch vor und er verhandelt es meines Wissens auch gerade. Und es geht hier um die Zukunft, um neue Verträge, um neue Ärzte. Dass man ganz klar sagt, du musst dich entscheiden. Wenn du im Spital arbeiten möchtest, dann arbeitest du bitte im Spital. Du kannst nebenbei auch noch arbeiten, aber dann bitte nicht in der Wahlarztpraxis, sondern in der Kassenordination. Also diese Mischung soll nach wie vor möglich sein. Das haben wir auch in Salzburg. Da haben wir einen Augenarzt zum Beispiel, der seine Arbeitszeit im Spital reduziert hat. Und als zweites Standbein eine Kassenpraxis für Augenmedizin. Aber das müsste man in den Arbeitsverträgen umsetzen? Das müsste man in den Arbeitsverträgen umsetzen. Da bin ich auch mit den Ländern durchaus in Gesprächen. Und das unterstützen auch alle Länder, dass sie sozusagen diese Vermischung von öffentlicher Versorgung im Spital und privater Versorgung in der Privattaxis weitgehend abstellen möchten. Das ist sinnvoll. Das ist in manchen Bundesländern ein größeres Problem. In manchen Bundesländern ein kleineres Problem. In Wien ist es tatsächlich ein riesengroßes Problem. Und das muss angegangen werden. Sie haben den zweiten Punkt angeschnitten, der ist mir ganz wichtig. Zugang zum Medizinstudium. Also hier gibt es ja unterschiedlichste Ideen. Hier gibt es auch sozusagen dieses freiwillige Melden und dann Stipendienbesorgen zu bekommen. Mir gefällt die Idee aus Deutschland sehr gut. Das heißt dort Landarztquote. Hier stehen, um es auf Österreich umzusetzen, 2000 Studienplätze zur Verfügung. Diejenigen, die den Aufnahmetest mit einem bestimmten Kriterium schaffen und sich verpflichten, nach der Ausbildung, also nach Studium und nach Spitalsausbildung weitere zehn Jahre im öffentlichen Gesundheitssystem zu bleiben. Die bekommen als erstes die Plätze von diesen 2000 Plätzen. Die, die sich nicht verpflichten wollen, weil sie nachher ins Ausland gehen wollen oder sich nicht im öffentlichen Gesundheitssystem sehen, die bekommen dann die restlichen Plätze. Sie haben folgend richtig gesagt, der Steuerzahler bezahlt pro ausgebildeten Arzt rund 500.000 Euro. Und das sind hohe Kosten, die wir hier investieren. Und der Steuerzahler, glaube ich, hat auch das Recht, mit dem Geld, das er investiert, dann Ärzte zu haben, die für das öffentliche Gesundheitssystem arbeiten und nicht für die Privatmedizin. Kommen wir zum Spitalsbereich an sich. Das ist ja jetzt nicht im direkten Einflussbereich der Sozialversicherungen, aber Sie zahlen kräftig dazu. Und sie Milliarden. Jetzt gibt es in Niederösterreich gehen die Wogen hoch. Da gibt es Spitalsschließungen, die angedacht sind. Was halten Sie denn da davon? Also Niederösterreich und andere Bundesländer haben eine sehr, sehr hohe Spitalsdichte. Ich habe zuerst gesagt, wir haben in Österreich insgesamt eine hohe Spitalslastigkeit. Sehr, sehr viele Menschen gehen in Spitäler. Und wir sehen aber aus unseren Zahlen, dass in den letzten zehn Jahren die Spitalseinweisungen in die Bettenstationen um 25 Prozent zurückgegangen sind. Das ist gut so. Das wollen wir auch. Durch die Modernisierung der Medizin, durch die neuen Möglichkeiten in der Medizin werden Spitalsaufenthalte immer weniger notwendig. Tagesklinische Leistungen, ambulante Leistungen werden mehr. Aus dem Grund müssen wir da auch mehr investieren. Und die Bettenstationen werden immer weniger belastet, weil hier die Zahlen entsprechend zurückgehen. Zusätzlich kommt dazu, dass sich die Medizin immer mehr spezialisiert. Also das Gemeindespital, das vor einigen Jahren noch eine einzige Schilddrüsenoperation im Jahr gemacht hat, obwohl hier 50 Operationen vorgeschrieben sind oder empfohlen sind, dass es auch sicher durchgeführt werden kann, das wird der Vergangenheit angehören. Die Medizin spezialisiert sich, spezialisiert sich immer mehr in Zentren. Es wird in Zukunft so sein, wenn ich eine bestimmte Operation brauche, dass wahrscheinlich nicht nur mein Gemeindespital der richtige Ansprechpartner ist, sondern dass ich in ein Zentrum in die Bezirkshauptstadt muss, beziehungsweise auch in die Landeshauptstadt muss. Also das heißt, die Spezialisierung wird immer mehr. Was ich für sinnvoll achte, ist daher, Spitalslandschaften zu überdenken. Wir haben in Österreich noch relativ viele Spitäler. Und zu überlegen, was kann man denn anhand oder anstatt dieser Bettenstation anders machen? Kann man diese Bettenstation oder dieses Spital denn in ein medizinisches Versorgungszentrum umwandeln? Also das heißt, ich habe dort keine stationären Patienten mehr, aber ich habe hier für die regionalen Patienten Anlaufstellen mit Fachärzten, mit Allgemeinmedizinern, die in dieser Region gut versorgen können, wo es vielleicht auch tagesklinische Leistungen gibt. Also diese Verfolgungsweise würde ich auf alle Fälle für sinnvoll halten. Entschuldigung, sie entspricht auch der Entwicklung der Medizin, dass eben weniger in den Stationen, in den Bettenstationen stattfindet und mehr sozusagen auch in spezialisierten Zentren stattfindet. Aber wenn ich es mehr kumuliere auf bestimmte wenige größere Zentren, was passiert dann mit den Notfallpatienten? Könnte es dann nicht passieren, dass man dann zu lange Wege hat letztlich, wenn es wirklich einmal ganz eng wird, gesundheitlich, wegen eines Schlaganfalls, wegen eines Herzinfarkts? Also ich bin jetzt kein Notfallmediziner, aber ich kenne Notfallversorgung so, dass der Patient grundsätzlich am Unfallort stabilisiert wird, um dann transportfähig zu sein. Das erfolgt heute sehr, sehr oft in Notsituationen mit dem Hubschrauber. Und also ob der jetzt dann fünf Minuten länger fliegt oder kürzer fliegt, das ist, glaube ich, nicht mehr das ganz große Problem. Also ich sage immer ganz flapsig, wir reiten nicht mehr mit der Pferdekutsche herum, sondern wir haben schnelle und gute Transportmöglichkeiten mittlerweile. Und hier ist es wichtig, dass das Rettungswesen funktioniert, dass schnell vor Ort Hilfe ist, wo der Patient, in welchem Spital er behandelt wird, wie lange da die Wegzeiten sind, ist nicht mehr das große Thema. Jetzt sind in ein paar Wochen Landtagswahlen in der Steiermark und in der Steiermark ist im Gesundheitsbereich in den vergangenen Jahren so viel herum organisiert worden, dass zum Teil gar nichts mehr funktioniert und die Lage wirklich katastrophal ist. Also ist es nicht so, dass man sagen muss, man muss jetzt einmal quasi alles nochmal retour an den Staat, die einzelnen Länder analysieren und schauen, was macht wirklich Sinn? Die Steiermark ist ein gutes Beispiel. Ich bin auch nächste Woche wieder eingeladen im Landessanitätsrat in der Steiermark, um über unsere Pläne dort auch zu referieren. Die Steiermark hat diesen Konzentrationsprozess in den Spitälern schon umgesetzt und hat aber kein Spital oder keinen Standort geschlossen, sondern hat aus jedem Standort ein medizinisches Versorgungszentrum gemacht, ein Primärversorgungszentrum gemacht. Das ist genau die Idee, die ich auch zuerst skizziert habe und so konnten sich die steirischen Spitäler viel besser spezialisieren auf spezielle Aufgaben und es wird halt dann nicht mit jedem Spital alles gemacht, sondern es werden spezielle Operationen, spezielle Eingriffe in dem Spital gemacht und in einem anderen Spital. Das ist die Zukunft der Medizin, diese Spezialisierung. Aber es wurde so oft teilweise zwischen den Spitälern geändert, einmal ist der Schwerpunkt in dem, einmal ist der Schwerpunkt in dem Spital. Da war dann schon organisatorisch teilweise das, wie soll man sagen, sehr eigenwillig. Und es gibt teilweise Patienten, die warten ewig auf Versorgungen und haben auch weite Wege. Also da hat man nicht den Eindruck, dass das unbedingt so perfekt funktioniert. Ich habe auch nicht gesagt, dass es einfach ist und dass man danach justieren muss. Das ist vollkommen klar. Jetzt bin ich nicht der Spitalsexperte. Ich verlasse mich hier schon auf die Experten in den Bundesländern, die ihre Spitalsorganisation selbst zu organisieren haben. Wie Sie richtig gesagt haben, wir sind jetzt nicht die Hauptansprechpartner, was die Spitalsorganisation in den Bundesländern betrifft. Wichtig ist aber eins und das ist mir schon wichtig, dass wir dort auch mitreden können, dass wir in den Landeszielsteuerungskommissionen die Spitalsplanung, die Ambulanzplanung und die niedergelassene Versorgung auch gemeinsam planen. Und aus dem Grund gibt es diese regionalen Strukturpläne, die wir jetzt gerade verhandeln, wo wir mit den Ländern ausmachen, was soll in Zukunft in welcher Spitalsambulanz stattfinden und was soll in jeder Facharztpraxis stattfinden und was soll in der allgemeinen Medizinerpraxis stattfinden. Und diese Abstimmungsgespräche, die laufen zurzeit in allen neuen Bundesländern und danach werden sich sozusagen auch die Spitäler auszurichten haben und danach wird sich auch die niedergelassene Versorgung auszurichten haben. Nur ganz kurz nochmal zur Zusammenfassung. Sie verhandeln zwei Dinge. Das eine ist der Leistungskatalog, der einheitliche. Wann wird der fertig sein? Der Gesamtvertrag. Der Gesamtvertrag. Wann wird der fertig sein? Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr damit fertig sind. Nächstes Jahr ist eine lange Zeitdauer ungefähr. Also wir verhandeln zurzeit noch. Also ich lasse mich da jetzt auch nicht auf einen Zeitrahmen festnageln. Wir sind in guten Gesprächen. Ich habe schon gesagt, diese Zusammenarbeitsformen, da sind wir uns weitgehend einig. Auch was den Leistungskatalog betrifft, da sind wir uns weitgehend einig. Das dickste Brett, das wir noch zu bohren haben, ist der einheitliche Honorarkatalog. Das ist natürlich auch das Schwierigste. Das ist gar keine Frage. Aber ich bin auch da guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Wir haben hier mit der Ärztekammer schon einige Gespräche und Verhandlungsrunden geführt. Wir sind sozusagen, was die eingeschlagene Pflöcke betrifft, grundsätzlich einig. Das müssen wir uns noch anschauen. Wie schaut es im Detail aus? Und das Zweite ist eben dieser Strukturplan mit den einzelnen Bundesländern, was die Spitalsversorgung betrifft. Wann ist das fertig? Das muss bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Strukturplanungen für die nächsten fünf Jahre bis 2030, die werden jetzt verhandelt. Und die sollten bis Jahresende abgeschlossen sein, sind dann in den Landeszielsteuerungskommissionen auch zu beschließen. Und hier wollen wir, und das möchte ich noch einmal anmerken, nicht nur 300 Primärversorgungszentren umsetzen, sondern wir wollen vor allen Dingen auch in der psychosozialen Versorgung wesentlich mehr tun. Wir haben wirklich große Baustellen in der psychosozialen Versorgung, in der Psychotherapie, in der psychologischen Versorgung in Österreich. Da sind wir nicht gut. Da müssen wir viel besser werden. Aus dem Grund unsere Idee, dass wir in allen unserer 32 Versorgungsregionen, Österreich ist aufgeteilt in 32 Versorgungsregionen, ein psychosoziales Versorgungszentrum für Kinder und Jugendliche und eines für Erwachsene haben, als Erstanlaufstelle für jeden Menschen, der sozusagen ein psychosoziales Problem hat. Da arbeitet ein Kinder- und Jugendpsychiater oder ein Erwachsenenpsychiater, da arbeiten Sozialarbeiter, da arbeiten Psychotherapeuten, da arbeiten Psychologinnen, die sozusagen als Erstanlaufstelle für die Patienten fungieren, die auch ein Clearing machen, um zu klären, was braucht der Patient jetzt tatsächlich und wo dann auch die Therapie stattfindet, gemeinsam mit den niedergelassenen Menschen, die eben diese Therapie durchführen. Diese Struktur ist neu in Österreich, die gab es bisher gar nicht. Die psychosoziale Versorgung ist ein Wildwuchs in Österreich, da bin ich todunglücklich. Mit diesen Zentren werden wir die psychosoziale Versorgung in den nächsten Jahren auf komplett neue Beine stellen. Wir werden auch mit dem Psychotherapeuten einen österreichweit einheitlichen Vertrag verhandeln. Da haben wir auch neun unterschiedliche Verträge in den Bundesländern. Wir haben 117 Vertragspartner, das ist vollkommen irre. Das heißt, das müssen wir komplett neu aufstellen und müssen diese psychosoziale Versorgung. Das ist mir aber wichtig, weil wir hier wirklich eine ganz große Baustelle haben, wo wir gemeinsam mit Psychotherapeuten, mit Psychologinnen, die wir jetzt als neue Leistung erstmals auch im ASVG haben, Verträge abschließen wollen, um diese Versorgung in einer guten Struktur für alle Patienten mit Erstanlaufstelle, mit einem klaren Clearing, dass die, die dringend was brauchen, als erstes Therapieplätze bekommen, dass die, die ein bisschen länger warten können, ein bisschen nachgereicht werden. All diese Dinge sind hier ganz besonders wichtig. Wir hätten noch zwei wirklich große Themen, die auch sehr wichtig sind, die würden wir gerne noch ansprechen. Ein wirklich sehr großes Thema für die Gesundheitsversorgung ist die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz. Das sind Dinge, die auf uns zukommen. Da hat man dann den Eindruck, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in anderen Bereichen in Österreich, dass man da vielleicht ein bisschen hinten nach ist und etwas verschläft. Wie sehen Sie das und wie weit ist man da? Also wir sind im Finanzausgleich munter geworden. Also wenn wir verschlafen haben, jetzt sind wir munter. Und wir haben eine E-Health-Strategie verabschiedet im vergangenen Jahr. Diese E-Health-Strategie soll, um es bildlich zu machen, das Plastiksackerl oder das Stoffsackerl, mit dem die Menschen immer noch herumlaufen mit allen Befunden drinnen und den Medikamentendeckeln und den CDs und so weiter, tatsächlich ablösen in einer elektronischen Patientenakte, die diesen Namen auch tatsächlich verdient. Und die Menschen sagen mir, warum muss ich bei jedem Arzt, bei jedem Gesundheitsdienstleister, bei jedem Psychotherapeuten, Physiotherapeuten immer meine gesamte Krankengeschichte von vorne erzählen. Warum muss ich jedem erzählen, welche Medikamente ich nehme, welche Therapie ich schon gehabt habe. Ihr habt doch alle meine Daten. Genau, warum ist es so? Und das ist der Punkt. Und das müssen wir jetzt angehen. Ich sage nur Eltern. Die Daten sind da. Wir haben als eine der ersten Länder in Europa eine elektronische Gesundheitsakte eingeführt. Die haben aber relativ schlecht weiterentwickelt. Das muss man ganz selbstkritisch sagen. Also wir wollen jetzt zum Beispiel ein Patient Summary erstellen aus diesen ganzen ELGA-Daten. Der Arzt soll auf einem Bildschirm sehen, was sind die wichtigsten Themen, die dieser Patient hat. Welche Medikamente nimmt er? Welche Allergien hat er? Auf was muss ich aufpassen? Und er muss sich nicht mehr durch hunderte an PDF-Befunden durchscrollen zum Beispiel. Diese Daten müssen aber auch dem Physiotherapeuten zur Verfügung stehen. Wir wollen in ELGA auch alle Bilddaten haben. Also die ganzen CD und MR-Befunde, die nicht zur Verfügung stehen, die werden jetzt in ELGA eingespielt. Da haben wir schon einige Tausend drinnen. Laborbefunde. Alle Laborbefunde, die erstellt werden in Österreich, das sind hunderte Millionen, sind nicht in ELGA. Die müssen in ELGA hinein, um Doppel- und Mehrfachbefundungen auch zu vermeiden. Ist es nach der rechtlichen Grundlage derzeit möglich, weil diese ganze ELGA-Geschichte war ja eine elends lange Verhandlung, wo immer mehr runter, runter, runter verhandelt wurde und im Endeffekt blieb dann wenig übrig. Da gab es Datenschutzbedenken, die Ärztekammer war extrem dagegen. Ist das Gerüst, das vorhanden ist, fähig, so etwas zu machen? Ja. Der E-Impfpass zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Da hat es auch immer geheißen, es geht aus dem Grund nicht, es geht aus dem Grund nicht. Dann ist Corona gekommen und wir haben ihn von der einen Tag auf dem anderen umsetzen können und die Datenschutzbedenken waren relativ schnell zerstreut. Wird auch da so sein, natürlich haben immer alle Datenschutzbedenken, die Menschen erwarten sich aber trotzdem, dass ihre Daten bei den Gesundheitsdienstleistern, die sie ermächtigen mit der E-Card, dem sie dem Schlüssel geben, zur Verfügung stehen, dass sie gut gesichert sind. Das ist unsere Aufgabe, das ist der Job, das ist vollkommen klar. Aber sie müssen dort zur Verfügung stehen, wo sie den Menschen und den Gesundheitsdiensteanbietern auch helfen. Wir brauchen diese Gesundheitsdaten auch für die Gesundheitsplanung. Wir haben es jetzt endlich nach Jahrzehnten geschafft, dass wir eine Diagnose-Codierung bekommen. Die hatten wir in Österreich nicht. Mit 1. Jänner wird es in der Kassenpraxis losgehen, ab 1. Jänner 26 in allen Wahlarzpraxen. Wir bekommen jetzt endlich für jede Erkrankung, die in Österreich irgendwo aufschlägt, eine Diagnose-Codierung. Wir wussten zum Beispiel in der Covid-Zeit nicht, wie viele Menschen in Österreich Long-Covid haben. Da haben wir uns mit Daten aus dem Ausland helfen müssen und haben das ungefähr abschätzen müssen. Wir haben zwar gewusst, welche oder wie viele Menschen, die arbeiten aufgrund von Long-Covid im Krankenstand sind, aber wir wussten über die Pensionisten nichts, wir wussten über die Kinder und Jugendlichen nichts und wir wussten auch über die, die zwar wieder arbeitsfähig sind, aber noch nicht gesund sind, auch nichts. Das heißt, wir haben überhaupt kein Bild über das Krankheitsgeschehen in Österreich und in diesem Blinkflug planen wir Gesundheitssystem. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren in Wirklichkeit. Aber Sie haben noch nicht einmal alle an LK angeschlossen. Eine super Neuerung zum Beispiel in der Pandemie waren diese I-Rezepte. Das hat super funktioniert. Das gibt es jetzt wieder nur sporadisch. Das ist ein Lottospiel, bei welcher Arzt das macht und wie das geht. Das ist nicht bei allen Ärzten so. Also Kassenärzte sind in LK angeschlossen. Kassenärzte verwenden auch das I-Rezept. In allen Apotheken wird das I-Rezept verwendet. Das sollte durchgehend funktionieren. Wo es richtigerweise nicht funktioniert, sind Wahlärzte. Und da haben wir auch einen großen Schritt gemacht im Finanzausgleich. In Zukunft müssen auch alle Wahlärzte das I-Card-System verwenden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen das I-Card-System verwenden. Sie müssen LK nutzen. Also ein Wahlarzt, der das I-Card-System nicht hat, der sieht die Patienten. Wann ist die Zukunft? Das muss 2026 umgesetzt sein. Da müssen dann alle Wahlärzte auch das I-Card-System haben, müssen LK nutzen, müssen das I-Rezept verwenden, müssen Diagnose kodieren. Also all diese Dinge wird es in Zukunft auch für Wahlärzte geben. Wie viele Sie jetzt schon machen? Es sind um die 700, die momentan die I-Card verwenden. Von 12.000? Von 12.000. Von 12.000. Es werden aber sukzessive mehr. Und die, die dann in Zukunft sagen, sie machen dann nicht mit, weil sie nicht mitmachen wollen, das sind dann reine Privatärzte. Die haben aber dann auch mit dem Gesundheitssystem nichts mehr zu tun. Die können dann auch nicht mehr Rezepte ausstellen. Die können nicht mehr krank schreiben. Die können nicht zum MR-CD überweisen. Das sind reine Privatärzte. Die, die sich sozusagen ans öffentliche Gesundheitssystem über das I-Card-System anbinden, die all diese Leistungen auch verwenden. Seit 1. Juli müssen auch Wahlärzte ihre Wahlarztabrechnung online bei uns einreichen. Auch eine spannende Information zu diesem Thema. Von 12.000 Wahlärzten haben die Ärztin gesagt, sie möchten eine Bagatellgrenze einführen. Es sollen nur die mitmachen müssen, die im Jahr mehr als 300 Patienten haben. Jetzt haben wir bei 12.000 Wahlärzten 2.500, die im Jahr mehr als 300 Patienten haben. Also nur damit man auch einschätzen kann, wie versorgungswirksam unser Wahlarztsystem ist. Wir sind leider schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten. Bevor wir nämlich zu den Koalitionsverhandlungen und den Forderungen da kommen, ein wichtiges Thema finde ich, würde ich Ihnen noch eine Frage zur künstlichen Intelligenz stellen wollen. Ich weiß, das ist nicht in einer Frage zu beantworten. Aber sehen Sie das als etwas Positives oder gibt es da auch für die Menschen große Gefahren? Also so quasi jetzt überspitzt gesagt, wird man künftig von künstlicher Intelligenz behandelt? Nein, das kann es aus meiner Sicht gar nicht geben. Die künstliche Intelligenz findet in der Medizin Anwendung. Sie findet zum Beispiel in der Dermatologie Anwendung, wenn es darum geht, auch zu erkennen, ob ein Muttermal schon Hautkrebs verdächtig ist. Hier wissen wir, dass die künstliche Intelligenz mehr findet als ein Mediziner. Also da ist sie wirklich unterstützend. Die künstliche Intelligenz ist auch in der Radiologie schon eingesetzt. Das geht relativ schnell, dass bei CD, bei MR-Bildern die künstliche Intelligenz sofort sieht, wo gibt es Auffälligkeiten sozusagen. Das geht viel, viel schneller, als es jeder Arzt kann. Diese Unterstützung durch die künstliche Intelligenz, die kann schon helfen. Mir ist aber trotzdem wichtig, dass am Ende des Tages immer ein Mensch noch drauf schaut, ob die künstliche Intelligenz auch richtig gerechnet hat. Denn sie macht in Wirklichkeit nur das, was hier hineinprogrammiert wurde und sie ist nicht eigenständig tätig. Am Ende des Tages wird ein Mensch entscheiden müssen, ob diese Empfehlungen der künstlichen Intelligenz auch angewendet werden oder nicht. Jetzt haben gerade die Regierungsverhandlungen gestartet. Also wir wechseln jetzt ein bisschen hart das Thema. Die ÖVP spricht gerade mit der SPÖ. Eine der zentralen Forderungen von Andreas Babler im Wahlkampf war, es soll kein Mensch in Österreich länger auf einen Arzttermin warten als 14 Tage. Auf einen Facharzttermin? Ja, ist das etwas, was die SPÖ wahrscheinlich einbringen wird in den Koalitionsverhandlungen? Wie realistisch ist das, dass das umgesetzt wird? Ich halte das für sehr realistisch, wenn wir nämlich das machen, was ich auch zuerst schon angeschnitten habe, wenn wir 300 Primärversorgungszentren zusätzlich ausrollen, wenn wir 800 zusätzliche Arztstellen, Kassenarztstellen jetzt auch umsetzen können, das hat auch der Kanzler mittlerweile schon unterstützt, dass die kommen sollen, dann haben wir mehr Ärztinnen und Ärzte im Kassensystem und dadurch verkürzen sich die Wartezeiten automatisch. Also das ist ein Wahlversprechen, das umgesetzt werden kann? Das kann jedenfalls umgesetzt werden. Man muss natürlich unterscheiden, ist das jetzt ein Akuttermin, da brauche ich jetzt schnell einen Termin, ist es eine augenärztliche Vorsorgeuntersuchung, da kann ich auch zwei, drei Monate warten drauf. Also das heißt, da muss man schon unterscheiden, aber ich habe angenommen, wir sprechen über Akuttermine, also diese zwei Wochen, die sind jedenfalls erreichbar, wenn wir mehr Ärztinnen und Ärzte ins System bringen, wenn wir die Primärversorgung ausbauen, dass wirklich alle Patientenprobleme, die in der Primärversorgung, in der Allgemeinmedizin bei den Kinderärzten, bei den Frauenärzten abgedeckt werden können, wenn wir die Primärversorgung, die dort stattfinden und die Fachärzte wirklich für die fachärztliche Tätigkeit freigespielt werden, dann ist das auf alle Fälle erreichbar. Was ist denn der zentrale Punkt Ihrer Meinung nach? Was muss in einem Regierungsprogramm als zentraler Punkt für die Gesundheitsversorgung drinnen stehen? Was würden Sie sich als ÖGK-Obmann da wünschen? Ja, es müssen all die Dinge drinnen stehen, die wir jetzt umsetzen wollen. Der einheitliche Gesamtvertrag, es müssen die 300 Primärversorgungszentren drinnen stehen, es muss der Ausbau der niedergelassenen Versorgung drinnen stehen, die psychosozialen Versorgungszentren. Wir wollen auch in allen Versorgungsregionen ein Diabeteszentrum umsetzen, ein Frauengesundheitszentrum, all diese Dinge müssen gemacht werden. Wie viel brauchen Sie dafür? Und wenn wir das sozusagen umsetzen sollen und das der Regierungsauftrag ist, dann braucht es zumindest eine Milliarde Euro dafür, um diese Dinge umzusetzen, denn 800 zusätzliche Kassenartstellen kosten rund 300 Millionen Euro. Was der einheitliche Gesamtvertrag jetzt im Detail kostet, kann ich noch nicht sagen, aber auch einen dreistelligen Millionenbetrag. Diese ganzen Zentren, psychosoziale Versorgungszentren, Diabeteszentren, Frauengesundheitszentren, auch die werden rund 150 Millionen Euro kosten. Und das kommt aus dem Budget Ihrer Meinung nach? Der Ausbau der eigenen Einrichtungen, der ÖGK, wird rund 150 Millionen Euro kosten. Und ich bin dagegen, dass wir hier über eine Beitragserhöhung nachdenken, denn den Faktor Arbeit in dieser Situation weiter zu erhöhen, wird es ohnehin mit der ÖVP nicht geben und wahrscheinlich auch mit den NEOS nicht. Nenne ich jetzt einmal an, also den Beitrag zu erhöhen ist sicherlich nicht sinnvoll. Was wir machen müssen, und das ist etwas, was wir schon lange fordern, weil die Menschen immer älter werden, weil wir immer mehr Pensionisten haben, weil die Medizin immer mehr kann, ist den Krankenversicherungsbeitrag des Staates für die Pensionistinnen und Pensionisten zu erhöhen. Das ist der sogenannte Hebesatz, der nämlich ungleich in Österreich verteilt ist. Die Beamten bekommen einen wesentlich höheren Hebesatz, die Selbstständigen haben einen höheren Hebesatz, die Bauern haben einen höheren Hebesatz, und die ASVG-Versicherten haben einen geringeren Krankenversicherungsbeitrag, den der Staat für Pensionisten bezahlt, um das geht es. Das ist der Krankenversicherungsbeitrag des Staates für Pensionisten. Das heißt, dieser Beitrag muss höher werden? Dieser Beitrag muss entsprechend erhöht werden, der muss um eine Milliarde erhöht werden. Dann sind diese Dinge, die dringend notwendig sind, alle finanzierbar. Sie fordern eine Milliarde mehr für die Gesundheit. Fordern Sie auch, dass die SPÖ den Gesundheitsminister stellen soll in der neuen Regierung? Also das kann ich nicht fordern, das wird die SPÖ alleine entscheiden müssen, beziehungsweise wird das mit den Koalitionspartnern vereinbaren müssen. Also ich wünsche mir einen Gesundheitsminister, wenn ich das so sagen darf, oder eine Ministerin, die mit der Sozialversicherung sehr eng zusammenarbeitet, die mit den Ländern gut zusammenarbeitet. Das hat Johannes Rauch mit ein paar Ausnahmen eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Also da kann ich durchaus ein gutes Zeugnis ausstellen, was den Finanzausgleich betrifft. Da haben wir gemeinsam am Strang gezogen, das muss man sagen, wo wir große Differenzen haben, ist die finanzielle Ausstattung gewesen, dass die Spitäler 700 Millionen Euro für den Spitalsausbau bekommen, obwohl wir die eigentlich entlasten möchten, die Spitäler und die Sozialversicherung, nur 300 Millionen für den Ausbau der niedergelassenen Versorgung, die eigentlich eine Milliarde bräuchte. Also das war das große Dissensthema. Aber die inhaltlichen Dinge, das Wahlarzsystem stärker ans öffentliche System auch zu binden, die Digitalisierung auszubauen, das Impfprogramm umzusetzen, über Prävention haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen ein Präventionsgesetz, das wirklich auch vorschreibt, dass die Sozialversicherung, dass die Länder mehr Geld in Prävention investieren müssen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Gesundheitskompetenz der Österreicherinnen und Österreicher ist höchst verbesserungswürdig. Also auch in dem Bereich braucht es mehr Anstrengungen, um die Menschen gesünder zu halten. Und da haben wir noch viel, viel Luft nach oben. Ich habe jetzt leider nur mehr, wir haben nur mehr Zeit für eine letzte Frage. Deswegen die Frage, würden Sie selbst auch Gesundheitsminister werden wollen? Würde Sie das reizen oder sind Sie eigentlich einfach ein Mann der Sozialversicherungen? Ich bin jetzt gerade gefragt worden, ob ich in den nächsten fünf Jahren wieder diese Funktion ausrufen möchte, die ich jetzt ausnehme. Ich habe dazu gesagt, das mache ich gerne. Das mache ich hoffentlich auch weiterhin mit viel Engagement. Und damit bin ich gut ausgelastet. Also da müssen Sie einen anderen finden, so quasi. Oder eine andere. Oder eine andere, genau. Herr Hus, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben sehr viele konkrete Ansagen und Forderungen gehört. Wir werden sehen, was sich in den nächsten Wochen und Monaten daraus ergibt. Peter Stolper, vielen Dank für das gemeinsame Fragenstellen. Dankeschön. Ihnen beiden wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Und was uns jetzt politisch in Zukunft noch anderes erwarten wird, damit beschäftigt sich auch im Anschluss das Parlamentsmagazin Hohes Haus. Der neue Nationalrat und der neue Nationalratspräsident sind dabei das große Thema. Wer ist Walter Rosenkranz? Wir zeigen Ihnen ein Porträt des ersten freiheitlichen Präsidenten und ein ausführliches Interview. Bleiben Sie also dran. Und wenn Sie etwas nachhören oder uns empfehlen wollen, dann gibt es dafür unseren Pressestunden-Podcast auf allen gängigen Plattformen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Wirfallen Sie jetzt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.